Affäre zwischen Maria Karei und Eminem seit vielen Jahren nachgesagt Eminem behauptet seit vielen Jahren, dass er eine Affäre mit Maria Karei hatte. Sie streitet es ab. Auf Twitter postete sie, dass er einen kleinen Penis hat. New York, USA, mitten in den Silvesterfeierlichkeiten twitterte Maria Karei, dass Eminem einen kleinen Penis hätte. Was brachte sie dazu? Unbekannte haben an Silvester den Twitter-Account von Sängerin Maria Karei, 49, all I want for Christmas is you, gehackt und rund 50 Nachrichten abgesetzt. Viele davon waren rassistisch oder beleidigend, unter anderem hieß es, Eminem hat einen kleinen Penis. Hintergrund dabei, der Rapper behauptet seit Jahren, eine Affäre mit Karei gehabt zu haben, sie bestreitet das aber vehement. Einige der Tweets erwähnten die Chuckling Squad, eine Gruppe, die für das Hacken von Promie QNTS bekannt ist. Die Tweets wurden laut US-Medienberichten bereits nach rund 20 Minuten gelöscht. Stattdessen schrieb Karei Trocken an ihre 21,4 Millionen Follower, ich mache ein verdammtes Nicker-Chen und dann passiert sowas? Stattdessen schrieb Karei Trocken an ihre 20 Minuten gelöscht. Stattdessen schrieb Karei Trocken an ihre 20 Minuten gelöscht. Stattdessen schrieb Karei Trocken an ihre 20 Minuten gelöscht. Stattdessen schrieb Karei Trocken an ihre 20 Minuten gelöscht. Stattdessen schrieb Karei Trocken an ihre 20 Minuten gelöscht. Stattdessen schrieb Karei Trocken an ihre 20 Minuten gelöscht. Stattdessen schrieb Karei Trocken an ihre 20 Minuten gelöscht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017